Was ist das Authentischsein? Das war für mich so wichtig, denn du und ich, wir sind alle einzigartig. Und je authentischer wir etwas machen, etwas aussprechen, desto mehr kommt es rüber. Authentizität ist möglich, wenn wir ganz bewusst nach innen gehen und spüren, wie fühlt es sich wirklich für mich an? Wie passt es für mich? Wie ist es für mich? Und nicht etwas nachmachen, denn nachmachen, da verlieren wir so viel Kraft. Und wir sind einfach nicht in unserer Kraft, wenn wir nachmachen. Wir sind alles Originale. Jeder Mensch ist ein unglaubliches Meisterstück. Und wenn du dein Meisterstück wahrnimmst und dich dafür öffnest und daran glaubst, an dich glaubst, und wirklich authentisch bist, wirst du erfolgreich sein und noch wichtiger, erfüllt sein, glücklich sein. Denn Authentizität macht dich frei. Es ist doch egal, was die anderen Leute über dich reden, denn sie reden sowieso über dich. Es ist doch egal. Es gibt immer Menschen, die dich lieben, so wie du bist. Und es wird immer Menschen geben, die dich nicht gerne haben, so wie du bist. Take it easy. Sei einfach du, denn du bist grossartig. Und wenn du authentisch bist, dann macht es so grosse Freude und alles wird einfach. Und je authentischer ich bin, desto einfacher fällt mir alles. Darum sei dich selbst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du so authentisch bist und wenn du mal ein bisschen vom Weg abkommst, dass es bei mir manchmal auch passiert, dann wieder in die Authentizität zurückkommst, wieder das machst, was wirklich zu dir passt, was dein Ding ist, deine Art ist. Und in dem Sinne, wenn du authentisch bist, dann kannst du voll durchstarten. Denn niemand kann dich hindern, durchzustarten, glücklich zu sein, ausser du selbst. Ich wünsche dir ganz viel Authentizität und grüsse dich mit deinem authentischen Lächeln. Mögest du authentisch sein. Wenn dich das inspiriert hat, ein Like, also kein so, eins nach oben, natürlich. Und ein Teilen. Und da freue ich mich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.